Ich habe das nicht mitgekriegt, dass da einer ist. Und mach die Tür auf und dann guckst du ja genau auf die Achse. Schnell wieder zu. Aber es wurde nicht bemerkt, es war gut. Sehr schön, läuft die Kamera. Das habe ich mir ganz stark gehofft, dass das so ist. Das sind die wichtigen Kleinigkeiten. Ja, das sind die wichtigen Kleinigkeiten, die auch Einblicke gewähren in das, was wir hier tun. Ah, wunderbar. Ja, ja, und bitte. Mich auch, ey. Einen traumhaft schönen guten Tag, liebe Leute und Freunde der Firma Haustechnik Vosswinkel, eurem Lieblingssender im Bereich des Infotainments. Heute, liebe Leute, geht es mehr ums Tainment. Denn ich möchte und endlich mal wieder die Gelegenheit benutzen, einen Mitarbeiter vorzustellen, der schon seit über einem Jahr hier sein Dasein fristet und ihn noch nie einer auf dem Video gesehen hat. Stimmt nicht ganz, wie wir gerade festgestellt haben. Aber guckt mal nach, ob ihr ihn noch kennt. Bild wird groß und zack. Und, habt ihr ihn wiedererkannt? Ja, er war auf dem Jahresabschluss Video 23 schon dabei. Herzlich willkommen bei der Firma Haustechnik Vosswinkel. Ich begrüße euch, ich begrüße Sie, ich begrüße uns. Action. Aber das ist nicht seine einzige Aufgabe, deswegen haben wir gedacht, lassen wir mal eben drüber reden. Mein lieber Jan, schönen guten Tag. Moin. Moin, genau. Jan, was muss man über dich wissen? Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du eigentlich hier? Wer bin ich? Wo komme ich her? Was muss man über mich wissen? Ich bin eigentlich quasi der, der im Hintergrund dafür verantwortlich ist, dass wir alles an Ware pünktlich zum gewünschten Zeitpunkt am gewünschten Ort haben. Wir gehören nämlich um die Disposition des Materials, um generell den Einkauf, die Logistik, dass wir halt wirklich immer punktaktuell arbeiten können, da wo es hin soll. Ja, exakt. Und selten war ein Job so im Fokus wie deiner, wie jetzt, wobei jetzt ebbt es ja schon langsam wieder so ein bisschen aus, aber was in der Vergangenheit mit Material los war, gigantisch, ne? Irre. Also die letzten Jahre war es wirklich so, dass wir gucken mussten, wo kriegen wir was her, dass wir es wirklich dann auch haben, wenn wir es brauchen. Allein durch die Knappheit der verschiedenen Ressourcen war ja nicht gewährleistet, dass wir das dann auch wirklich alles haben. Sachen waren gar nicht lieferbar, waren schwierig zu bekommen. Es hat jetzt tatsächlich wieder angefangen abzueppen und wir bekommen wirklich ja fast alles mehr oder weniger vom Lager. Das waren die letzten zwei Jahre nicht so und ich komme ja vom Großhandel und es war ein Spagat. Es war auf jeden Fall ein Spagat wirklich das mit dem Fachgroßhandel und uns Fachhandwerken irgendwie zu vereinen. Ja, aber beiderseits, ne? Also das Gefühl hatte ich auch, die waren auf Seiten des Fachgroßhandels genauso am Schwimmen und im Brass, in Problemen wie wir auch. Also es war nicht, dass irgendjemand jemandem Ware vorenthalten hätte oder so, sondern es war ein Mangel überall, ne? Genau, also es war wirklich nicht so, dass die gesagt haben, wir beliefern jetzt nicht euch. Es gab halt einfach rein faktisch nichts. Und dann zu sagen, okay, ihr bekommt das dann und wir schreiben das in dem Auftrag und rufen das dafür ab, aber eigentlich ist das für eine ganz andere Baustelle, war dieses ganze Handling, wo der Großhandel, aber auch wir echt gucken mussten, dass wir uns da nicht verzetteln oder jetzt noch Sachen da stehen haben, die wir eigentlich gar nicht mehr brauchen. Guter Hinweis, richtig. Du hast völlig recht. Nämlich das war tatsächlich ein Riesenthema, das Abrufen von Sachen, die man für andere Kunden bestellt hatte und dieser ganze Wahnsinn in der Rechnungslegung, in der Zuordnung und nachher wirklich den Überblick zu behalten, zu sagen, haben wir alles und haben wir nicht zu viel. Also in der Tat, und das war beiderseits eine ziemliche Herausforderung, du hast es gerade gesagt und das ist tatsächlich, finde ich, so eigentlich der Glücksgriff bei der Nummer, du kommst von beiden Ufern sozusagen. Du hast beim Fachgroßhandel gelernt und hast eine gewisse familiäre Vorschädigung. Auch das. Das heißt, auch die Seite, auf der du jetzt arbeitest sozusagen, kennst du schon seit Kindesbeinen. Ja, mittlerweile 27 Jahre. Siehst du, so alt bist du schon geworden. Ja, verstehe. Nee, aber das macht dich natürlich dann entsprechend wirklich als guten Vermittler aus. Ja. Und im Wesentlichen ist es das auch, ist zumindest meine Auffassung. Klar, es ist viel telefonieren, E-Mail schreiben, koordinieren, wann bekomme ich das, wohin und was brauche ich auch. Ist halt auch viel Rücksprache mit Sebastian, mit den Jungs, was braucht ihr wirklich und wann braucht ihr das vor allen Dingen. Und da ist es manchmal noch ein bisschen schwierig, aus den Jungs so ein bisschen rauszukitzeln, wirklich, wann braucht ihr das. Und sagt mir nicht erst morgen Bescheid, wenn ihr es quasi gestern gebraucht habt. Genau. Und das sind so die Sachen. Also es hat viel wirklich mit Kommunikation zwischen den verschiedenen Ufern, also intern wie dann zum Großhandel hin extern zu tun. Und das ist so ein bisschen die Krux dabei. Und das ist vor allen Dingen, und das finde ich macht deinen Job oder dein Hiersein auch so spannend, du zwingst die Menschen sich bewusster mit dem Thema Material auseinanderzusetzen. Wann brauche ich was wirklich? Weil du machst ja auch die Retouren, also das, was man am Ende dann doch nicht gebraucht hat sozusagen, das wieder zurück in den Kreislauf zu kriegen sozusagen. Und das ist viel Arbeit, diese Retouren. Ja, also wie du schon gesagt hast, die Jungs lernen bewusster damit umzugehen und bestellen nicht einfach irgendwie was auf Menge und Masse. Weil du ihn dafür natürlich auch den, Entschuldigung, aufreißt, wenn das passiert, weil es einfach ein wahnsinns Aufwand ist. Genau, es ist halt dann wieder an mir zu gucken, was ist von der Baustelle zurückbekommen, was gehört zu welchem Projekt, in welcher Menge. Können wir das noch retunieren, können wir das nicht retunieren? Dann sind die Sachen irgendwie, ja, aufgerissen worden, schon mal irgendwie angehalten worden und die Etiketten, Labels sind gebrochen, allen drum und dran. Das ist quasi auch ein Teil, den von den Jungs oder so keiner sieht, aber das beschäftigt einen auch mindestens mal einen Tag. Und dann auch da wieder mit dem Fahrer dann zu gucken, wann wird das abgeholt, hin und her, ja, ist auch ein Teil, der dazugehört. Das darf man einfach nicht außer Acht lassen, was da dann noch an Arbeit anfällt. Ja, vollkommen richtig. Und vor allen Dingen könnte man sich ja jetzt vielleicht fragen, warum der ganze Zauber? Der Bereich Material ist einen ganz kleinen Schluck vor dem Bereich Personal der teuerste Faktor hier im Unternehmen. Ja. Was haben wir 2022 für Material ausgegeben? Ein bisschen mehr als eine Million. Also irgendwie so eine Million, 20.000 oder sowas. Euro, liebe Leute, haben wir für den Bezug von Material ausgegeben. Und das ist in so einem Unternehmen der größte Ausgabefaktor. Und da macht es natürlich Sinn, gerade insbesondere auf, ach, habe ich doch nicht gebraucht, aber die Verpackung habe ich aufgerissen und weggeschmissen. Das Ding dreimal im Sand gewälzt, damit es auch wirklich nicht mehr zu verkaufen ist. Und dann habe ich es irgendwo in die Ecke gestellt. Und bei aller Liebe, und wir beide haben da schon einige von gesehen, das gibt es häufig so in Handwerksunternehmen. Ja. Das ist also ein häufiges Bild, ein häufiger Umgang. Was auch wichtig ist, ganz klar, bei einer Million Euro Materialeinkauf ist das Thema, was bezahle ich denn für dieses ganze Material? Und da ist, es gibt eine alte Weisheit im Handwerk, im Einkauf liegt die Marge, ist tatsächlich auch nicht zu verachten. Also die Tatsache, dass du dich darum den ganzen Tag kümmerst, führt natürlich auch dazu, dass die Großhändler einen gewissen Ansprechpartner haben und dann auch versuchen, ihre Ware oder ihr Angebot bestmöglich zu platzieren, was, weil es vergleichbare Artikel sind, über den Preis geht. Ja, klar. Also es ist von uns das Ziel, möglichst günstig einzukaufen. Und da ist es halt so, dass, genau, wie du sagst, die Artikel vergleichbar sind. Und ja, man merkt, dass dadurch dann den Markt einfach wirklich wir den Preis so entziehen können, dass wir sagen, wir kaufen das beim günstigsten ein. Und es war in der Vergangenheit ja nicht immer so, dass man die Preise so aktiv verglichen hat. Genau, und ich bin quasi dafür da, den Tag damit zu füllen, Preise zu vergleichen und das so zu koordinieren, dass wir beim günstigsten die Sachen dann auch bekommen. Ja, und tatsächlich ist das ein Umstand, der in der Tat gerne hinten überfällt. Also bei den ganzen Sachen, die du so zu tun hast, dann auch noch darauf zu achten, bestelle ich das da oder da, das macht man dann nur ungerne. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, wenn man das macht, dann kann man, ja, große Sprünge machen sozusagen. Also ich sage immer spaßeshalber, denn Jan als Mitarbeiter bezahlt eigentlich der Großhandel. Weil das, was du uns an Einsparungen bringst, ist mindestens das, was du selber kostest. Jetzt ist das böse formuliert. Jetzt sind wir wieder beim Spielermaterial. Ja, stimmt. Weil diese Diskussion... Das darfst du nicht mehr sagen. Das darf ich jetzt nicht mehr sagen. Genau, das ist das Humankapital. Nein, die Humanressourcen. Also nein, Spaß beiseite, ungeachtet deiner Person. Aber es ist tatsächlich so. Also die Einkaufsvorteile, die man genießt, schlicht und ergreifend deswegen, weil sich einer darum kümmert. Es gibt einen festen Ansprechpartner, sind erheblicher als das, was du verdienst. Und damit macht es das Ganze sinnvoll. Ja. Ich habe nämlich die Diskussion häufig mit meinen Kollegen, vielleicht guckt es ja der ein oder andere, über die Quote, da kannst du auch was zu sagen, über die Quote von Büro zu draußen, wie man sagen soll. Also Außendienst zu Innendienst. Und das wirst du auch noch kennen wahrscheinlich, wie war das Verhältnis, was unsere Väter immer als das Richtige anerkannt haben? Wobei, ich könnte fast dein Vater sein, aber ich lasse mir das beiseite. Ja, also es war mehr oder weniger immer so drei zu eins. Und ja, das hat sich halt wirklich gewandelt, weil es viele Leute, so wie mich auch gibt im Büro, die im Hintergrund agieren, die quasi nicht zwingend für die Jungs draußen eine Relevanz haben, aber für die Firma halt viel zurückholen und viel geben. Und ja, die alte Generation hat es nicht so gesehen. Die hatten beim Großhandel meistens einen Außendienst und einen Innendienst und mit dem haben die alles gemacht und der hat erstmal alles geliefert. Ja, es sind halt diese Faktoren, wo das Handwerk mittlerweile auch so weit ist oder so weit sein könnte, besser gesagt, dass es einfach da wirklich Leute gibt, die auch hier den Hintergrund zusammenhalten. Ja, richtig. Und ich finde das immer wieder so spannend, dass es eine Menge Kollegen gibt, die sich für das Verhältnis, was sie mittlerweile in ihrem Betrieb haben, sogar entschuldigen. Ja. Und dann im Kollegenkreis eben sagen, ja, ich weiß, es ist nicht drei zu eins, aber irgendwie kriegen wir es nicht hin. Nee, das Bild ist vorbei, weil tatsächlich, die Abläufe sind so komplex geworden. Ich drehe hier laufend Fördervideos, Gesetzesvorgaben, den ganzen Scheiß muss ja auch erstmal jemand verarbeiten, lesen, verstehen und dann wiedergeben können an Kunden, an Mitarbeiter und wie auch immer. Und das gleiche gilt für Einkauf. Das gilt aber auch, weil sie da hinten sitzt und auf die Kamera aufpasst, mittlerweile tatsächlich eigentlich auch für mal einen ganz anderen angedachten Job. Andi macht mittlerweile im Unternehmen Dinge, die sie, ja sagen wir mal, mindestens nicht gelernt hat, aber da ist auch wenig, das ist kein Ausbildungsberuf. Das ist so, links und rechts dafür sorgen, dass auch diese Kleinigkeiten hinten raus erledigt werden. Ja. Es hat hier nie Retoure, hat es hier nie gegeben. Ja. Und das ist, glaube ich, in den meisten Lagern so. Ja. Da fliegt das Zeug irgendwo rum. Ja. Und die Werte, das sehen wir ja, wenn wir so Inventuren machen oder so, was da rumfliegt, um Gottes Willen. Es ist halt auch immer viel dieses, ja, ich bestelle das mal und dann lasse ich das im Auto und dann lasse ich das und einmal tue ich es eh nie wieder. Und dann stelle ich das mal irgendwo ins Lager und hin und her. Wir hatten jetzt ein ganz gutes Beispiel. Ich habe innerhalb von dreieinhalb Wochen das Retourenregal wieder so vollgestellt bekommen, weil die Jungs halt einfach, ja, das hatte ich noch im Auto und das stelle ich mal dazu und hin und her. Ja, das sind wirklich Euros, die da schlummern, die wirklich in den wenigsten Fällen bei anderen Firmen wahrscheinlich einfach zurückgegeben werden, weil es einfach der Aufwand ist. Ja. Aber wenn wir Sachen retournieren, ist das ja auch mal schnell im vielstelligen Bereich, dass wir da einfach uns auch wieder Geld wiederholen können, weil wir es einfach nicht brauchen und nicht weiter berechnen können. Ja. Und das zieht dann halt auch das Lager wieder so weit nach oben, dass wir irgendwo an Punkten sind, wo wir sagen, wir haben so viel gebundenes Kapital da stehen. Was dann brutal ist. Und nicht alles Material ist tatsächlich universell einsetzbar. Also es gibt ja Artikel, die brauchst du auf jeder Baustelle, alles gut. Aber gerade diese Spezial-Super-Sonderlösungen sind dann meistens die, die irgendwo verschimmeln und die du nie wieder brauchst und besser wieder zurückgibst. Um das vielleicht mal ein bisschen plakativer zu machen, das fand ich nämlich im Monat Juni so spannend bei uns. Ihr könnt euch vorstellen, für jeden Euro Umsatz, den wir generieren, verwenden wir oder verwandten, mittlerweile stimmt das ja auch nicht mehr, haben wir circa 48 Cent, also oder 1 Euro, sprich Prozent, 48 Prozent für den Materialeinkauf verwendet. Also von einem Euro eingenommen, haben wir 48 Cent ausgegeben, um Material zu kaufen und vom Rest haben wir versucht, alles andere zu bezahlen. Unter anderem mein Exorbitant hohes Gehalt. Mittlerweile, und das war eben auch die Zielsetzung, die wir hatten, war es, das zu senken. Und jetzt hatten wir im Juni, und das fand ich eben so geil, da haben wir noch gefeiert, hatten wir jetzt tatsächlich einen Monat, der gegen Ende des Monats, er ist noch nicht ganz ausgewertet jetzt, wo wir bei 25 Prozent gelandet sind. Das waren Sondereffekte, bin ich bei. Wir zwei haben auch analysiert, woher das kommt, aber du merkst halt, was das für eine Auswirkung hat, wenn man das Retourenmaterial zurückgibt. Genau, und es schlummert halt so eine Spanne da drin, also wie du dann sagst, diese 48, fast 50 Prozent, also quasi die Hälfte ist nur Material und wir haben den Rest noch nicht irgendwie davon abgezahlt. Ja, da schlummert halt einfach wirklich noch sehr viel, wo man an kleinen Schrauben schon wieder viel zurückbekommt. Ja, korrekt, sehe ich genauso. Und ich verstehe auf der anderen Seite auch, dass man häufig dann in so einer Unternehmensorganisation darüber nachdenkt, wer geht ans Telefon, wer macht, was weiß ich, keine Ahnung, spricht mit den Kunden, berät die Kunden, was auch immer. Aber diese, wie du richtig sagst, diese unsichtbaren Helferleien und Feen, die im Hintergrund durch den Betrieb rennen, haben einen Hebel, einen betriebswirtschaftlichen Hebel, der ist unfassbar hoch. Und deswegen, finde ich, müssen wir uns als Unternehmer ein Stück weit hinterfragen, ob dieses alte Bild, drei Leute draußen, darauf maximal einer im Büro, ob das so noch seine Relevanz hat. Weil wir sind mittlerweile eher bei einem Verhältnis eins zu zwei in den Unternehmen. Ja, also wirklich, ich kenne es ja vom Großhandel und es gibt viele, die sich so modern aufgestellt haben, wie wir jetzt auch, aber es gibt halt auch noch viele, die es nicht tun. Und ja, das Verhältnis hat sich verändert und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren, wenn das alles noch digitaler wird und, 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 noch mehr in die Richtung entwickeln, dass man, ja, verschiedene Prozesse einfach nicht mehr abgleichen kann, wenn man sich noch zeitgleich um drei Leute draußen oder so kümmern muss. Genau. Und da wird es spannend zu sehen, wo sich das Handwerk hin entwickelt. Ja, absolut bin ich bei dir. Das ist zwar eigentlich ein anderes Thema, aber das vielleicht als abschließenden Satz. Mir ist nämlich das Thema aufgefallen, wie viel in der Fernwartung mittlerweile geht. Also, dass du tatsächlich fachlich, technisch versierte Menschen an einem Punkt sitzen hast und die fahren quasi digital zu den Heizungen und können gewisse Probleme schon lösen. Und dadurch wird sich dieses Verhältnis Innendienst zu Außendienst noch mehr verwässern. Ja. Und das ist in der Tat eine Herausforderung, die auf das Handwerk jetzt gerade zurollt, wie ich finde und wo wir in den nächsten Jahren noch viel Spaß mit haben werden. Aber auch wirklich Spaß, nicht nur Arbeit, denke ich. Ja, krass. Genau. Im Wesentlichen habe ich den Eindruck, wir haben mich gut vorgestellt, oder? Ich muss gerade sagen, ich glaube, wir haben meinen Job ganz gut beschrieben. Ich finde auch, genau. Richtig. Magst du deine Privatadresse noch rausgeben? Nee, brauchst du nicht, ne? Nee, heute noch nicht. Heute noch nicht, alles klar. Weil ich setzte gerade an, woher kommst du? Und ich hatte ein bisschen Sorge, dass du das sagst. Ich musste auch überlegen. Nein, also von privaten Zuschriften bitten wir abzusehen. Also, in diesem Sinne, Jan, ich freue mich seit, jetzt muss ich mir gerade noch mal helfen, 1.6., 1.7.? Ja, 13 Monate. Also 1.6.23, du hast 13 Monate voll. Ja. Ja, krass. Und ja, so angefangen, reingegangen, ja, das wäre so die grobe Zielrichtung. Und im Vergleich zu dem, was du heute tust oder, ja, wie sich das entwickelt hat, finde ich es beachtlich. Eine Sache wollte ich noch rausnehmen, nämlich du hast eben gesagt, dass die Jungs dich nicht mitkriegen, weil du im Hintergrund agierst. Das stimmt nicht, denn ich habe dich schon häufig mit einem Blaumann hier durchlaufen sehen, auf dem Weg zu irgendeiner Baustelle. Ah, ich muss aber gerade mit anpacken. Fahrer weg. Also, das gibt es schon. Ja, also, Sie kennen schon meinen Namen. Ich wollte gerade sagen, also, dein Name ist, glaube ich, im Unternehmen bekannt, egal wo. Alles klar. Also, Jan, auf mindestens bitte weitere 13 Monate. Ja. Schön, dass wir dich vorstellen durften. Für euch war es hoffentlich auch mal spannend, wieder einen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen. Haben wir sehr gerne getan. Falls es irgendwelche Anregungen gibt, falls irgendwas zu fragen, zu klären ist zum Thema Einkauf, bitte gerne in die Kommentare dieses Videos. Wir zwei gehen jetzt wieder ein bisschen arbeiten. Ja. Und nächste Woche, Mittwoch, sind wir sehr gerne wieder für euch da und dann haben wir uns was Neues für euch ausgedacht. In diesem Sinne, Jan, liebe Leute, maletiot. Tschüss. Nein. Tschüss, Botha. Ciao. 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 Vielen Dank.